Guten Abend Leute, ich werde heute über ein Thema erzählen und sprechen. Ich bin ein Flüchtling in Deutschland, dieses Thema geht um die Flüchtlinge, die jetzt in Griechenland zähmlich in eine kleine Insel, die heißt Lisbos. Und ich bin jetzt Teil einer Tuligruppe hier an Deutschland, der heißt Karsofob. Wir wollen den Flüchtlingen wie möglich helfen und ich denke, zehn Euro ist nicht zu viel und nicht zu wenig, aber es ist genug, um eine Familie zu finden und die Situation zu verbessern.